In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« sind Maren und Michi von ihren Reisen zurückgekommen. In den vergangenen Wochen ging es bei Michi, Lars Pape und Maren, Eva Mona Rodekirchen, in der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« drunter und drüber. Nachdem sie eingesehen hatte, dass ihre Anwesenheit in Berlin weiter für Spannungen sorgt, beschloss sie, für eine Weile nach Amerika zu reisen, um dort ein Jobangebot zu prüfen. Währenddessen erklärte Michi Nicole, Laura Lippmann, dass er noch etwas für Maren empfindet. Es folgte die unvermeidliche Trennung des Paares, das gerade erst Hochzeit gefeiert hatte. Michi versuchte Maren noch vor ihrer Abreise zu erwischen, um ihr seine Liebe zu gestehen. Nicole dagegen beschloss, zurück in ihre alte Heimat Dortmund zu ziehen. Allerdings kam es nicht zur Aussprache mit Maren. Um sich abzulenken, begleitete Michi Tobias, Jan Kittmann, auf einer Geschäftsreise in Helsinki. Jetzt kommen die beiden Königskinder zurück nach Berlin. GZSZ Maren und Michi sehen sich wieder. Maren und Michi kommen unabhängig voneinander ausgerechnet an Michis Geburtstag zurück in Berlin. Diesen verbringt er allein und traurig im Mauerwerk, als sie plötzlich hinter ihm steht. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell. Ohne viele Worte küssen sich die beiden. Wie Schauspieler Lars Pape, 52, kürzlich im Interview mit RTL erklärte, hofft er, dass jetzt der Weg für das Happy End von Michi und Maren frei ist. Erstmal verreisen beide und ich denke, danach wartet auf beide eine sehr schöne, aber auch aufregende Zeit. Er freut sich darauf. Maren und er gehören einfach zusammen und geben ein herrlich chaotisches Pärchen ab. Ob die beiden dann heiraten werden? Pape! Ich glaube, erstmal hat Michi vom Heiraten die Schnauze voll. Aber er heiratet prinzipiell ja sehr gerne und ist vor allem Heiratsanträgen nicht abgeneigt. Von daher werden wir sehen, was die Zukunft so bringt. Und ob es Maren wird, wir werden es erleben.